Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 65.300 US-Solar, somit eigentlich kaum unverändert. Gestern USA kamen auch keine neuen News dazu. Gestern hat sich überhaupt eigentlich nichts im Markt bewegt. Ihr seht ja im Endeffekt hier, wir haben weiterhin unsere Bullish Divergence hier, die sich weiterhin aufbaut. Wir haben kein höheres Hoch mehr hier erreichen können. Der Markt ist momentan etwas in Seitwärtslage. Deswegen werden wir heute Kurzfassung bis zum Bitcoin-Ethereum machen. Wir werden mal zwei Altcoins angucken, die ihre Kaufzonen erreicht haben, beziehungsweise wo man sich jetzt langsam möglicherweise wieder ein bisschen eindecken könnte. Aber auch nur nachkaufen, keine riesen Mega-Buy-Position. Da habe ich gestern schon ein bisschen meinen Senf dazugegeben. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk und Signalgruppen reinkommen. Die Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Alles unten einerseits Videobeschreibung, aber auch Kommentarspalte. Und wenn ihr noch eine Börse zum Traden sucht, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Dort gibt es momentan wieder ordentlich Boni abzustauben. Und weiterhin gilt, wenn ihr eure User-ID unten in die Kommentare reinschreibt, beziehungsweise auch unter die Kommentare jetzt neuerdings in Telegram, dann könnt ihr Verlosung teilnehmen und ordentlich Boni zusätzlich abstauben. Einfach eure UID unten reinschreiben und schon seid ihr dabei. Wird immer dann einmal in der Woche ausgelost, beziehungsweise muss ich das dann die Gewinner einfach weitergeben. So, das dazu. Dann würde ich sagen, ja, Bitcoin momentan bei 65.300 US-Dollar. Wir sind im 4-Stunden-Timeframe angelangt. Es hat sich, wie gesagt, sehr, sehr wenig getan. Ich habe ja schon im Video vorgestern dazu gesagt, für mich die erste Long-Option momentan so bei 63.500 bis knapp 62.000 US-Dollar. Das ist so dieses große Buy-Cluster, wo ich sagen würde, okay, hier unten Long-Position könnte Sinn machen. Vor allem jetzt, nachdem wir über einen längeren Zeitraum, kann man schon so sagen, jetzt knapp zwei Wochen wirklich Downside hier nach unten hin haben, immer noch unseren Downtrend vorliegen haben, plus eben unsere Divergenz, die halt natürlich hier auch noch vorliegt. Also das ist momentan so ein bisschen dieser Bereich. Da müssen wir nach oben hin ausbrechen, um wirklich Bullish in Richtung 72.000 US-Dollar nochmal starten zu können. Ansonsten hier unten das Golden Pocket, beziehungsweise diese Zone mit eben dieser Ineffizienz. Das ist für mich weiterhin eben die Long-Option, wo ich sagen würde, okay, Long mit schöner Trendwende dann nach oben hin. Und dann müssen wir halt wieder gucken, hält die Range nach oben und sind wieder ab oder kriegen wir wirklich endlich mal einen Breakout. Ich bin aber ehrlich gesagt momentan noch nicht wirklich davon überzeugt, dass wir ein nachhaltiges Breakout sehen, sondern eher weiterhin in dieser übergeordneten Seitwärtsphase weiter feststecken und die auch uns über den Sommer noch begleiten wird. Dafür ist das Volumen einfach zu wenig. Wahlen stehen dann im November ab, also da könnte dann deutlich mehr Schuss wieder reinkommen. Aber momentan weiß ich nicht, wo einerseits natürlich die Kohle herkommen soll und andererseits auch, wo die ganzen Impulse auch herkommen sollen. Wir haben Sommerloch, gehört dazu. Und der ganze Altcoin-Markt blutet momentan immer noch ordentlich. Also da erstmal ein bisschen Chili-Milli machen. So, Ethereum auch nichts Neues. Wir hatten hier immer noch vorgestern über die Divergenz gesprochen. Die ist nach oben hin ausgebrochen. Wir haben kein höheres Hoch erreicht. Vielleicht auch hier 4 Stunden Close, 3622, das ist der wichtige Point. Ansonsten bleibe ich weiterhin dabei, 3240 bis 3170. Das ist die Long Area, die ich gerne hätte. Also nochmal ein größerer Flash-Crash, in Anführungszeichen, der uns nach unten hinbringt. Genauso wie bei Bitcoin im Endeffekt gleiches Spiel. Auch nochmal ein größerer Abverkauf. Dann in die Long-Zone und dann können wir über möglicherweise wieder bullischere Wochen, zumindest vorübergehend, erst einmal darüber sprechen. Gucken wir uns Gold an, da hat sich ein bisschen was getan. 2340 US-Dollar, wir sind immer noch nicht hier runter in diesen Bereich von 2270 US-Dollar gekommen. Was nicht ist, kann noch werden. Ich habe aber auch dazu gesagt, möglicherweise hier oben, dass wir uns zuerst einmal hier oben diesen Supply-Bereich holen, bis ungefähr 2360 US-Dollar. Danach sieht es auch aus. Wir hatten hier einen starken Abverkauf nach unten hin. Wenn wir uns das FIP-Level ziehen, von unserem Hoch zu unserem Tief, sehen wir auch, okay, erster Widerstand liegt jetzt hier bei 2350 US-Dollar. Ich kann mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass wir sogar ein bisschen höher gehen, wegen dieser Ineffizienz plus Supply-Zone. Da liegt ordentlich Volumen, da liegen ordentlich Widerstände und wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Short-Positionen, die es dann zu killen gibt, bevor wir dann möglicherweise nochmal einen finaleren Abverkauf sehen und dann im Endeffekt diesen Weg einschlagen. Wir haben momentan keine Long-Position mehr offen, nachdem alles zugemacht wurde. Ich tendiere dann aber eher hier oben darauf, dass wir hier erstmal eine Short-Position dann eingehen, beziehungsweise hier oben versuchen eine Short-Position einzugehen und dann hier unten erst wieder in diesem Bereich von 2270 US-Dollar dann eine Long-Position aufbauen. Also hier könnte dann etwas Bewegung reinkommen. Schauen wir uns den DAX an. Auch hier, wir sind weiterhin hier in diesem Golden-Pocket-Bereich, aber mit sehr, sehr wenig Veränderung. Der Markt gibt einfach momentan nichts her. Wir haben weder nach oben hin das Golden-Pocket gekriegt, wir haben weder unseren doppelten Boden gekriegt, aber da könnte im Laufe des Tages noch etwas mehr Bewegung reinkommen. Ihr seht, ich mache mal dieses kleine hier oben weg, dass ich mir hier gerne noch dieses tiefere Tief wünschen würde. 17.950 US-Dollar, klar, wir haben schon Donnerstag. Ist es nicht das Beste, so etwas an einem Donnerstag zu machen, weil da immer meistens so nochmal kleinere Wendungen kommen. Aber gut, ist so, wir nehmen es so hin. Sollten wir heute nochmal dieses Tief kriegen, wäre ich hier auf jeden Fall dafür, kleine Long-Positionen zu eröffnen, mit dann eben Ziel 18.400 Punkte, wo wir ja im Endeffekt schon vorgestern drüber gesprochen haben. So, jetzt machen wir noch, last but not least, bevor wir die Altcoins angehen, den Euro gegenüber dem US-Dollar. Hier befinden wir uns weiterhin auf Fahrplan, auch wenn sich das Ganze ein bisschen zieht, aber wie gesagt, gestern USA überhaupt keine wirklich signifikanten News gewesen, deswegen brauchen wir uns hier auch jetzt nicht über mega bombenmäßige Bewegungen freuen. Liegt weiterhin auf Fahrplan, hier oben wird weiterhin verdoppelt. So, jetzt zwei Altcoins, die ich mal ein bisschen rausgepickt habe. Einerseits Matic, also Polygon, hat einerseits die erste Kaufzone hier unten gehittet. Die lag hier bei 0,52 US-Dollar-Cent, also hier der erste kleinere Nachkauf für alle, die hier in diese Zone rein wollten, beziehungsweise die Matic kaufen wollten. Gerne hier reingehen und 25%, warum ist das eigentlich weg? Da stand es uns immer 25%, mach mal hier wieder die 25% rein, damit ihr Bescheid wisst. Und die größere Zone, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, die bleibt weiterhin bestehen. Die liegt für mich hier weiterhin unten bei 39 US-Dollar-Cent, wo ich dann nochmal ein bisschen nachkaufen würde, weil momentan, sind wir ehrlich, alle, die die Videos jetzt vor über einem Jahr angeguckt haben, das heißt hier in diesem Bereich so 10., hey, das war genau vor ein, nee, vor zwei Jahren, war sogar schon, wow, zwei Jahre ist es schon her, die die Videos angeguckt haben, die wissen, wir sind entweder hier reingegangen oder jetzt genau da, wo im Endeffekt jetzt die, wo wir jetzt wieder angelangt sind. So, das heißt, für die, wo hier schon reingegangen sind, ändert sich erstmal gar nichts, sie können ihre Position möglicherweise hier nochmal ein bisschen auffrischen, deswegen 25%. Für alle, die möglicherweise noch keiner Position sind, würde ich aber auch nur maximal 50% hier reingehen und dann den restlichen Nachschub hier unten reingehen. Altcoins bluten momentan dermaßen stark, also da wäre ich auch extrem vorsichtig. Und was auch noch gefragt wurde, da muss ich jetzt mal gucken, ob ich es jetzt auf die Schnelle finde, ich muss mir, manche Sachen muss ich mir mal besser sortieren, ist Polkadot. Ach, ich gehe jetzt einfach über die Suche rein. Polkadot, auch bestes Beispiel. Wir hatten hier oben die erste kleinere Buyzone bei, wo war es denn da, 6,50$ in diesem Golden Pocket mit 25% und die zweiten wurden jetzt hier getriggert bei 5,50$. Ist immer noch, sage ich mal, human, das heißt auch hier maximal 50% derzeit eingekauft. Für alle, die noch nicht drin sind, für alle, die schon drin sind, ihr könnt euch daran erinnern, unsere Buyzones waren hier unten bei knapp 4$ und das ist auch weiterhin hier diese 50%-Marke, wo ich dann nochmal die nächsten 50% an eurer Stelle möglicherweise nochmal zuschustern würde. Für mich wäre das hier unten auch nochmal Buyzone derzeit. Momentan gibt aber der Altcoin-Markt nicht mehr her. Auch mal so als Beispiel Link. Wir haben Link hier unten in dieser Riesenrange zwischen 5 bis 10$ akkumuliert. Wir sind momentan bei 14,45$. Da brauche ich euch nicht sagen, ey, ihr müsst jetzt all in, es kommt eine Altcoin-Season. Ne, weil wir hier unten akkumuliert haben. Weil auch immer wieder Fragen kommen, warum machst du keine Altcoin-Videos. Es macht momentan keinen Sinn, euch in irgendwelche Positionen reinzuhauen, nur für Klicks. Bestes Beispiel ist hier eigentlich Chainlink. Wie viele Leute haben seit letztem Jahr hier November Videos gemacht, ja, es kommt die Riesen-Altcoin-Season, wir werden explodieren, die Altcoins machen euch reich und sowas. Wer hat euch hier unten, als wir hier zwischen 5 bis 10$ waren, gesagt, kauft jetzt Altcoins. Und das gilt nicht nur bei Chainlink, das gilt ja bei allen Altcoins damals. Kein Schwein hat sich dafür interessiert, weil es keine Klicks gebracht hat. Jetzt bringt es Klicks, weil die Leute wieder Bock haben und FOMO haben in Altcoins. Ja, und wo bringen sie euch rein? In irgendwelche Minuspositionen, die seit dem Hoch hier mal zwischenzeitlich knapp 44% Verlust gemacht haben. Hast du hier unten akkumuliert, gehen wir mal von 7,50$ einfach als Durchschnittspreis aus, bist du hier immer noch bei knapp 100% im Plus, ne? Also nur mal so nebenbei, ihr müsst versuchen, Altcoins immer in einem Bärenmarkt zu kaufen, antizyklisch zu kaufen. Die Masse verliert immer und das beweist es jetzt gerade irgendwie wieder hier sehr, sehr gut. Und weil es mir auch noch aufgefallen ist, Cardano auch so ein Hype-Coin, der ja immer nachgefragt wurde. Wir haben jetzt auch hier erstmal die Unterstützung verloren. Solltet ihr hier auch in noch keiner Position, sage ich jetzt einfach mal, drinnen sein. Wir ziehen jetzt mal ganz kurz das FIP-Level von unserem Tief, huch, na, Tradingview spinnt heute wieder ein bisschen, von unserem Tief hier bis zu unserem Top sehen wir, okay, Golden Pocket wurde hier erstmal vernichtet. Dieser Preisbereich, wir sind jetzt hier am 0,786er, wäre Möglichkeit, okay, auch hier vielleicht mal 25% reinzugehen. Wir sind von unserem Hoch mittlerweile wieder hier 50%, also gut 100% nach oben hin, 50% abverkauft worden. Und dann wäre wirklich der nächste, und das ist so für mich der größte Bei-Bereich hier unten, zwischen, ich sage jetzt mal, 32 und 28 US-Dollar-Cent. Das sind die großen Bereiche, wo ich sagen würde, okay, das macht Sinn. Wir haben hier charttechnische Unterstützung, wir haben jetzt das 0,786er, sollte der nächste Abverkauf kommen, haben wir hier unten im Endeffekt den gleichen Entry, den wir vor knapp, ja doch, da ist es ein Jahr, eineinhalb bis zwei Jahren hatten. Das heißt, es ist alles geresettet, die großen Fische haben ihre Liquidität hier oben rausgezogen, während die kleinen Fische auf YouTube gehört haben, gesagt haben, hey, wir machen jetzt hier mal fett Altcoin-Party, die sowieso nicht kommen wird. So, das, damit habe ich jetzt mal meinen Senf dazugegeben. Wenn ich jetzt immer mal ein paar Altcoins finde, werde ich heute Bescheid geben, aber es würde sich jeden Tag irgendwelche Drecks-Altcoin-Videos geben. Nur so zur Info. So, ansonsten, ein bisschen längeres Video, trotzdem, ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch ein bisschen was weitergebracht. Ansonsten hören wir uns morgen wieder. Das war's von mir, wünsche ich euch einen schönen, erfolgreichen Tag und ja, ich hoffe, ihr seid alle fit und munter, nachdem Deutschland gestern gewonnen hat. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay critical.